Wir sind Lena Madon und Anna Volkwarzen von Dear Work. Dear Work ist ein Beratungsunternehmen und ein Magazin für eine neue Arbeitskultur. Derzeit reden viele über New Work, aber was bedeutet New Work eigentlich? In dieser Reihe haben wir die Chance, in einzelne Unternehmen reinzugucken. Und dazu treffen wir sehr unterschiedliche Menschen, die diesen Wandel gestalten und begleiten. Untertitelung des ZDF, 2020